Hallo meine Freunde, der Sonne da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde Lucky Blocks. Das heißt hier Lucky Blocks und nicht hier. Ich krieg ja nur auf die Fresse Blocks. Ja, das ist ja... Wollt ihr mich gerade eigentlich ja alle... Wollt ihr mich gerade etwas verarschen? Das ist die größte Verarsche der Welt. Ist hier oben noch irgendwo ein Lucky Block? Der scheint da hinten aber auch jetzt nicht so... Reicht das? Nein, definitiv reicht das nicht. Gut. Alles klar. Schön, dass wir darüber reden konnten. Hä? Danke. Danke für nix. Finde ich echt... Nö. Finde ich gut. Nix ist besser als äh... Nix. Sehr angenehm. Das ist doch gerade echt hier... Das ist kein Lucky Blocks. Das ist äh... Ihr wollt mich töten Blocks. Nix... Mm-mm-mm. Wissi! Das ist echt nervig gerade, ne? Ich hab jetzt bis jetzt leider... ... noch nicht so das bekommen, was ich gerne hätte. Nämlich eine Milliarde Euro. Gut, jetzt haben wir zumindest mal eine kleine Basic. Mal gucken. Ja, okay. Sieht doch schon mal hier mal ein bisschen besser aus. Ja. Okay. Goodie. So, dann rein, 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 rein. Ja, das können wir eigentlich weghauen. Das brauchen wir nicht. Den Ständer. Ich brauche keinen Ständer. Ich habe nämlich keinen. Jawohl, ich dachte, ich sage hier, ne? Ihr Schlingel. Ich dachte, ich sage hier was anderes. So, ich würde sagen, wir gehen sogar... Danke für nix. Ne, ähm, ähm, ähm... Oh, Mutti. Oh, das läuft gerade echt. Beschissener kann es gar nicht laufen. Drachenstaub. Was kann ich mit Drachenstaub machen? Das ist zum Schießen. Ah, what the fuck. Okay, dauert er übel lange. Hä? Es ist weg. Was war das? Hot? Irgendwas mit Hot? Ich habe das nie gesehen, Mutti. Ah, okay. Das ist jetzt aber gerade echt hier eine ganz kleine Verarsche, ne? Oh, wenn ich das schaffe, bin ich glücklich, ne? Ich tue einfach so, als ich das nie war. Ich tue einfach, ich tue einfach so, als ich das nie war. Der hat das aber nie gecheckt, dass es von mir kommt, ne? Es war es halt, ne? Mehr haben wir hier nie. Ist ja gerade Runa gefallen. Okay. Der hat einfach meinen Anblick nicht ertragen können. Ist auch nicht schlecht, ne? Vielleicht war es einfach mein, 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 mein Anblick. Warum nicht, ne? Warte mal, wie kann man alles... Ne, warte mal. Wie kann man alles zusammen... Ah, okay. Y. So, wir machen mal hier ganz safe. Oh, der lässt mich in Ruhe. Der lässt mich in Ruhe. Der hat mich in Ruhe gelassen und der war ein Loch. Der hat mich in Ruhe gelassen und der war ein Loch. Langsam ist ja aber gut mit runterfliegen. Die hätten in meinen Augen das so machen müssen, dass man gar nicht runterfliegen kann. Das ist ja irgendwie cooler, wenn die Maps halt, äh, anders aufgebaut sind. Halt, wie schon gesagt, so, dass man gar nicht runterfliegen kann. Weil ich schon ein bisschen doof bin, ne, was das runterfliegen angeht. Lassen die mich in Ruhe. Ah, 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 ah. Boah, jetzt muss ich echt gucken, dass ich hier irgendwas schönes bekomme. Der hat mich noch nie gesehen. Weg. Ich werde mich einfach... Ich werde jetzt mal ganz kurz hier verschwinden. Ich habe keinen Bock auf die Leute. Ich habe keinen Bock auf Menschen. Ich bin durch die Lauer geführt. Aber der ist auch in die Lauer gefallen, der Edi. Der ist doch jetzt nicht echt jetzt in die Lauer mit hinterhergesprungen. Joden Kind, ey. Mensch, der hat auch eine Macke. Mir einfach nachzumachen. Ja, ich fand das so cool, mein Move, dass er sich so gedacht hat, oh ja. Das ist cool, was er macht. Das mache ich jetzt auch. Komme ich ran? Müsste ich eigentlich von hier aus, müsste ich eigentlich rankommen. So, ich gehe mal ganz kurz wieder. Ich gehe mal ganz kurz wieder zurück. Ich habe den Typen nämlich schon gesehen. Hä, ist der gerade runtergefallen? Der ist echt runtergefallen. Ha, gut für mich. Oh, manchmal ist es echt hier die größte Verarschung geworden. Na, also. Komm mal, da ist noch. Warte mal. Sogar noch auf meiner Insel. Siehste mal. Hätte ich fast vergessen hier. Oh, gutes Stück. Hat sich, äh. Obwohl das gar nicht so schlecht ist. Drang des Schadens. Da könnte man ja eigentlich mal auf einen. Oh, wieso klappt denn das nicht? Auf einen drauf prügeln. Ich will jetzt erstmal auf die andere Insel hier. Warte mal. Hier ist ja auch noch so ein Dings. So ein Lucky Block. Boah, ich habe so eine Angst die ganze Zeit, dass er noch von hinten kommt. Und ich stehe nie so drauf. Wow. Piss dich. Guck mal, der hat da auch noch einen Lucky Block auf seiner Insel. Mal gucken. Aber ich glaube, wir müssten... Guck. Ah, nee. Fuck. Ein Kaktus kann ich... Oh, scheiße. Das ist ja dumm. Da würde ich mich ja selber verletzen. Oh, scheiße. Ähm. Müssen wir doch hier abtragen. Mal ganz kurz. Ach so. Direkt Schaden im Sinne von... Ach so. Ach so. Also wortwörtlich direkt Schaden. Ich dachte jetzt, dass mein Schaden halt erhöht wird. Hat ja richtig gelohnt, du. Das Ding. Oh, hat er sein Ding hier oben? Ja. Guck mal, die haben alle. Habe ich aber bestimmt bei mir auch vergessen. Ich bin mir nämlich nicht mal ganz sicher. Ich glaube aber schon. Ah, vielleicht kriege ich mir hier noch was Gutes raus. Alter, hat mich das erschrocken. Sag mal, von der einen Insel hier... ...komme ich rüber. Piss dich! Piss! Nein! Gut, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Ich bin heute, ähm, ich bin nie in Form. Achso, wieso bin ich... Schwer ist Klaus hier vorher schon kaputt machen. Ach, ey. Heute ist der Lack aber auch wirklich nicht auf meiner Seite, ne? Gut, okay, Bogen. Ja, gut, immerhin. Boah, hätte ich den jetzt so getroffen, ey? Wäre ich doch schon stolz auf mich. Aber da ich ja kacke bin, treffe ich den nicht. Ey! Boah, ich treffe halt nix, ne? Der bewegt sich noch nicht mal richtig und ich treffe den nicht. Ah! Scheiße. Jawohl, wieder getroffen. Verrenge. Muss halt auffassen, dass kein anderer kommt. Das ist halt so geil. Guck mal, da packt ein Schwert. Ah, schade. Ich hab halt nix. Na, Potato kann ich denn den Kopf werfen? Was war denn das? Och, der da oben. Ach, ach komm, leck mich. Ah, ich bin heute einfach übel scheiße. Also wie immer. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Auch wenn ich total scheiße war. Und wir sind definitiv da. Die Vakutative in der nächsten Aufnahme. Bis dahin haut rein. Und tschüss.